hallo willkommen auf meinem kanal wieder mal ihr kleinen hoden kobolde hab wieder mal ein bisschen zeit und dachte mir den einen oder anderen clip den ich bei twitch gemacht habe jetzt einfach mal hier als youtube video umzuwandeln faulheit siegt link unten in der beschreibung unten ist hier ungefähr glaube ich und ich schlafe auch jetzt großartig gar nicht mehr und einfach mal gucken ach shit jawohl einer genockt da ist noch einer ja denke ich mich direkt im käse als ob ich die weltmeisterschaft gewonnen hat aber war definitiv ein nicer flick wie gesagt dürft gerne im stream vorbeischauen links unten in der beschreibung ansonsten von meiner seite war es das jetzt mal